Fehler 91 tritt bei zu geringem Innendruck während des Drucktests auf. Bitte drücken Sie C zum Löschen der Fehlermeldung. Setzen Sie den Adapterdeckel in den Halter. Kontrollieren Sie den U-Ring der Filterabdeckung an der Rückseite des Autoclav. Danach das Filtergehäuse mit dem Schlüssel gefühlvoll anziehen. Drücken Sie bitte auf Start und danach den Sicherheitsring nach unten, um den Zyklus erneut zu starten. Sollte der Fehler 91 wieder auftreten, reinigen Sie bitte die Dichtung des Adapterdeckels mit einem sauberen Tuch. Setzen Sie den Adapterdeckel in den Halter zurück. Drücken Sie erst auf Start und danach auf den Sicherheitsring, um den Zyklus erneut zu starten. Sollte der Fehler 91 wieder auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.